Moin Magic Soul, du hast so eine Sehnsucht nach deinem Seelenpartner, dass es schon weh tut. Dann verrate ich dir jetzt, was du tun kannst. Und wir wollen uns anschauen, warum das so ist, warum diese Sehnsucht gerade jetzt in der neuen Zeit so extrem ist. Denn dafür gibt es zwei Gründe. Du wirst ein völlig neues Bewusstsein für deine Sehnsucht bekommen. Und wir wollen es natürlich anschauen. Hast nur du diese Sehnsucht oder hat er sie auch? Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind Sanett und Isi, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, dieses Gefühl kenne ich nur so gut, diese Sehnsucht zu haben und den Seelenpartner zu vermissen. Bei mir sind es nun schon ein paar Jahre her, fast 14 Jahre genau, als Lutz und ich zusammengekommen sind. Weil da konnten wir noch nicht zusammenleben, weil wir räumlich getrennt waren. Wir lebten auf zwei unterschiedlichen Kontinenten. Ich in Kapstadt, in Südafrika und Lutz eben in Hamburg, in Deutschland. So, und ich weiß noch, als ich wieder in Kapstadt war, du, ich bekam auf einmal schlechte Laune, war irgendwie gar nicht mehr so begeistert wie sonst. Du weißt, ich bin lebensfroher Mensch und habe angefangen rumzunörgeln. Habe das, wie gesagt, also das war irgendwie alles anders und ich habe es nicht verstanden, bis ich irgendwann sage, es reicht. Was ist das? Und natürlich bekam ich eine Antwort, rate mal von wem, von meiner Seele, Isi. Und sie sagte, du vermisst ihn. Und ich sagte, oh, was? So stark? So stark habe ich noch nie jemanden vermisst. Ich war fasziniert. Wie kann das denn angehen, dass unter diesen ganzen Milliarden Menschen ich diesen einen besonderen getroffen habe? Aber wir haben uns erkannt und ich meine, wie viele wünschen sich das? Das ist schon mal faszinierend. Und dann hat man so eine tief und extreme Verbindung. Ich hätte nie gedacht, dass das so stark und so extrem bei Seelenpartnern damals sein konnte. Da war dieses Bewusstsein ja noch gar nicht da. So, bevor ich dir jetzt verrate, was du konkret tun kannst, wollen wir mal schauen, warum das so ist. Also, deine Seele ist einfach so gekommen. Deine Seele ist auch nicht einfach so zu dieser Zeit gekommen. Es ist also kein Zufall, dass sie gerade jetzt hier ist, wo wir die größte Transformation der Geschichte erleben, nämlich von der alten Welt in die neue Welt, wo wir ein ganz neues Leben leben sollen, wo wir ein ganz neues Bewusstsein haben, wo sich einfach jetzt alles dafür verändert. Und da gilt es sich jetzt natürlich auch auf die neue Zeit vorzubereiten. Und sie hat sich ja ganz genau überlegt, was sie hier machen will. Sie hat also sozusagen einen Seelenplan ausgeheckt, den sie mit dir gemeinsam sozusagen als Mensch hier erleben will. Und sie ist auch nicht alleine gekommen. Sie hat jemanden mitgebracht, beziehungsweise hat sie mit jemandem verabredet, mit deinem beziehungsweise eurem Seelenpartner um. Und jetzt kommt Grund Nummer eins, endlich wahrhaftige Liebe zu leben, weil das ist die Liebe der neuen Welt. Es ist eine völlig neue Dimension der Liebe, eine so wahrhaftige und tiefe Liebe in Freiheit lieben, wo es nicht mehr um Abhängigkeiten geht wie im alten Beziehungsmodell, sondern wo es um Unabhängigkeiten geht, wo es um Selbstliebe geht, weil je mehr du dich selbst liebst, desto mehr kannst du auch diese Seelenpartnerliebe leben, wo es ums Aufräumen geht, sich endlich zu befreien von diesen ganzen Blockaden, Limitierungen, die wir mit uns rumschleppen sozusagen, die wir gesammelt haben in unserem Leben, die auch wichtig sind für das Seelenpartner. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, kann ich aber auch noch mal ein Video machen. Du machst ja nichts umsonst. Aber jetzt gilt es eben darum, auch diese alten Verstrickungen von den alten Ahnen und was da alles ist, jetzt mal wirklich uns davon zu befreien, um uns zu öffnen. Wir sollen also sozusagen als Pioniere vorangehen, um diese Liebe eben auch zu leben und vielen eben auch ein Vorbild zu sein, zu sagen, guck mal, hey, das funktioniert auch anders, weil wie viele unglückliche Paare gibt es, guck es dir an, die dieses alte Beziehungsmodell leben und damit möchte ich jetzt nichts verurteilen, sondern es geht einfach darum, einfach das eben auch mal zu betrachten. Sondern jetzt geht es darum, wie gesagt, nicht mehr umziehen, umzerren, um eine Rolle zu spielen, dem anderen gefallen zu wollen, nur dann liebt er mich und so, sondern es geht es darum, dass du in deiner ganzen Größe, in deiner Kraft, in deiner Präsenz, in deiner Schönheit wirklich auch diese Partnerschaft leben kannst auf Augenhöhe, wie gesagt, ja, völlig neu und völlig anders ist. So, das heißt, sie ist hier mit deinem Seelenpartner, um diese neue Liebe sozusagen einzuleuten, um die Menschen, uns Menschen zu erwecken, dass wir uns endlich dafür öffnen. Und da gilt es natürlich auch, einige Dinge vorzubereiten, weil wie gesagt, es ist neu, es ist anders und es ist nicht mehr so, ach, ich gehe jetzt einfach rein da in die Beziehung und dann wird das schon, darum sind die viele ja auch unglücklich, sondern es geht jetzt darum, wirklich sich bewusst darauf vorzubereiten, auch zu wissen, was man will und da eben auch bereit zu sein, zu wachsen und zu reifen und eben auch an seinen Themen zu arbeiten. Und das ist nämlich der Grund Nummer zwei. Es geht um deine Inner Work, dass du, wie gesagt, endlich aufräumst, dass du dich endlich befreist, dass du endlich du selbst sein kannst, weil das gilt in der neuen Seelenpartnerschaft, also in der neuen Partnerschaft, die wir sozusagen leben sollen, in der neuen Liebe. Du sollst du selbst sein, aber wer bist du denn? Weil du hast dein Leben lang eine Rolle gespielt, du hast dir dein Leben lang eine Story erzählt, wie du sein musst, damit du gefällst. Und das darfst du jetzt ablegen, du darfst jetzt eine ganz neue Story erzählen, nämlich so, wie du wirklich bist, nämlich ein ganz wundervoller Mensch, eine ganz wundervolle Seele, die sowas von liebenswert ist. Das heißt, deine Seele ist ohne Mischen und wenn deine Seele ohne Mischen ist, dann kriegt die das immer hin, das ist ja das Coole daran. Du kannst eigentlich ganz relaxed sein. Okay, du hast natürlich deine Inner Work zu tun, ganz klar und eben auch ins Vertrauen zu gehen und daran zu glauben und du weißt ja auch, der Seelenpartner ist der Weg zu dir. Und er ist leider auch einer der besten Spiegel, die wir haben. Kann sehr schmerzhaft sein, aber letztendlich, es kommt natürlich immer darauf an, was du erlebt hast, was deine Themen sind, aber letztendlich ist es eins der größten Geschenke, die sie uns gemacht haben mit diesem Seelenpartner. Und du weißt ja selbst, was diese Begegnung für eine Bedeutung hat. Bäm! Auf einmal ist er da und du denkst, boah, so tief habe ich noch nie empfunden und den kenne ich ja gar nicht, aber ich kenne den irgendwie schon seit Ewigkeiten. Und du weißt, das ist ja, als ob die zweite Hälfte da ist, nachdem, wo du dich schon dein Leben lang gesehnt hast, sozusagen. Auf einmal fühlst du dich one und das ist diese Oneness. Und natürlich willst du das nicht mehr aufgeben und festhalten, ist ganz klar. Aber manchmal gibt es da eben auch noch etwas zu lernen, wo noch jeder seine Hausaufgaben machen muss, wo es noch um einen Rückzug geht oder eben auch eine vorübergehende Trennung, aber eben auch zu wissen, das ist nur vorübergehend, das ist nicht für ewig. Und wir Menschen denken immer so, wenn das jetzt nicht so ist, dann wird es für ewig kaputt sein. Nein, sondern es ist einfach eine Zeit des Reifens. Und wir sind auf dieser Welt, um zu reifen und zu wachsen. Das ist das Leben. Also warum haben wir diese Sehnsucht und warum ist die so extrem? Damit wir etwas ändern, damit wir ins Handeln kommen. Weil wann ändern wir etwas? Wenn wir etwas haben wollen oder wenn uns etwas wehtut? Und das finde ich, haben die Seelen auch sehr geschickt gemacht, dass sie uns so ein Leckerbisschen mit dem Seelenpartner vorwerfen, will ich haben und dann, oh, ich muss erst mal Inner Work machen, um den überhaupt zu kriegen. Geht nicht mehr einfach so, weil wie gesagt, das haben wir gesehen, wo das eben oft hingeführt hat im alten Beziehungsmodell. Sondern jetzt geht es, wie gesagt, um etwas ganz, ganz Neues. Und vor allen Dingen ist ja das Schöne, ich meine, noch nie waren so viele Menschen bereit, an sich zu arbeiten, da aufzuräumen, die Inner Work zu machen, die Selbstliebe für sich mehr zu entdecken, die Selbstermächtigung, auch mutig zu sein, sich zu trauen, ins Vertrauen zu gehen, all diese ganzen wundervollen Dinge in die Eigenverantwortung zu gehen, die ja mit der Seelenpartnerschaft zusammenhängen, weil sie eben diesen Seelenpartner haben wollen. Also ich finde, die Seelen sind mega cool drauf, die machen das sehr geschickt. So, das beantwortet natürlich auch die Frage, hat er auch solche Sehnsucht? Ja, wir können ja auch mal Lutz fragen, was er dazu sagt. Lutz, sag doch mal. Hi, aber sowas von. Süß, ne? So, es kann natürlich sein, dass er das vielleicht nicht so zeigen kann. Gerade wenn er jetzt in der Generation wie ich aufgewachsen ist, ich meine, da hieß es ja noch, Jungs weinen nicht, Männer zeigen keine Gefühle und all diese ganzen Blödsinn, die sie uns dabei gebracht haben. Und wir haben ja auch von der Gesellschaft gelernt, Liebe tut weh, ne? Man kann Herzen, können brechen und all sowas. Und darum haben wir die ganzen Mauern aufgebaut, so ein Blödsinn. Herzen können nicht brechen. Liebe ist die stärkste und größte Kraft, die wir haben. Das ist die heilendste Kraft, die wir haben. Liebe liebt. Die zerstört nicht oder verurteilt nicht. Gar nichts. Liebe liebt. Und das finde ich eher so das Besondere daran, wenn wir uns das einfach auch mal so bewusst machen. Und das kann aber auch vielen eben Angst machen. Und gerade eben auch Jungs, die sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt haben. Wir Mädchen sind da ja manchmal ein bisschen weiter. Und dass er da vielleicht noch rumeiert und dass da vielleicht, dass er doch noch mal einmal wegläuft. Oder kommt ja auch immer auf die Umstände an. Oder auch was er eben erlebt hat in seiner Kindheit, was er für ein Päckchen mit sich rumträgt, was es jetzt ja gilt auszupacken. Aber vielleicht traut er sich da noch nicht. Angst. Wir haben die größte Angst vor der Veränderung. Und wir sind Verdrängungskünstler. Und wir wollen irgendwie in unserer Komfortzone bleiben. Bloß nichts verändern und ertragen da lieber die Schmerzen, oder dass es uns nicht gut geht. Es ist etwas, was wir Menschen da manchmal machen. Der Wahnsinn. Vielleicht ist er auch verheiratet, Familie, mit Kindern. Dann ist das natürlich auch nicht so einfach. Und ja, manchmal der eine braucht länger, der andere ist da schneller. Aber das kann man eben, darf man auch nicht verurteilen, sondern da ist eben, wie gesagt, jeder eben ganz besonders, wie er damit umgeht. So, und hört die Sehnsucht irgendwann auf? Nein. Sie verändert sich. Aus der Sucht, obwohl sie ihn paunersüchtig machen kann, wird er sehnen. Und ich meine, wenn ich mir angucke, Lutz und ich sind 24,7 zusammen. Und letztendlich, wenn ich mal eine Stunde beim Pilates bin, sehen wir uns nacheinander. Wir vermissen uns. Und das heißt nicht, dass ich jetzt Pilates nicht genieße. Total. Ich finde es toll. Und jeder lässt den anderen und freut sich über den anderen, wenn er was Tolles macht. Aber diese Wiedersehensfreude ist so gigantisch. Das glaubst du überhaupt nicht. Wie die kleinen Kinder, wenn wir uns dann hier sehen. Oder auch morgens, wenn wir aufwachen. Er ist da. Wie schön. So, was kannst du nun konkret tun? Als allererstes ist es wichtig, dass du für dich verstehst, Sehnsucht ist also ganz normal, ist nichts Schlimmes oder wie auch immer, sondern ist da, haben wir alle Seelenpartner, wir stolpern da alle noch ein bisschen rum irgendwie, beziehungsweise die meisten, um da irgendwie zusammenzukommen. Es ist ungewohnt, es ist neu und den anderen so sehr zu vermissen, dass es auch wehtun kann, das ist also nichts Unnormales. Du bist nicht allein. Das finde ich ist schon mal ganz cool zu wissen, dass man immer denkt, nur ich habe das. Nein, du bist nicht allein. So, und dann gilt es aber auch zu verstehen, dass im Grunde genommen hat ja alles erstmal keine Bedeutung. Alles ist erstmal neutral, was wir erleben oder auch was wir fühlen. Letztendlich sind wir es, die dem Ganzen eine Bedeutung geben. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir programmiert sind, was wir hier abgespeichert haben. Das heißt, wie haben wir denn bisher die Sehnsucht wahrgenommen? Doch eher negativ. Tut weh. Das haben wir so abgespeichert, dass Sehnsucht wehtun muss. Dieses Gefühl, den anderen nicht haben zu können, oder das muss doch wehtun. Dieser Verlust, dieses sich nach etwas sehen, was man nicht haben kann, das haben wir so abgespeichert von unserer Gesellschaft und es ist ganz klar, dass wir eben dann eben auch so reagieren. Das heißt, kannst du deiner Sehnsucht eine neue Bedeutung geben? Ja. Weil es kommt darauf an, ob du sie aus dem Mangel betrachtest oder ob du sie aus der Fülle betrachtest. Betrachtest du sie aus Mangel, ist dieses Typische, was wir bisher gelernt haben, das ist nicht gut, es tut mir so weh, ich kann ihn nicht haben. Dann kommen die ganzen Selbstzweifel hinzu. Bin ich es überhaupt wert? Schafft er das überhaupt? Du merkst, es wird immer schlimmer. Du ziehst dich zusammen, die Energie wird immer negativer, oder es wird immer schlimmer. Ist doch ganz klar, gesetzte Anziehung, weil du davon immer mehr anziehst. Und das Gemeine ist auch noch, du verlangsamst auch noch euren Seelenpartner-Dualseelenprozess, also euer Zusammenkommen. Gemein, oder? Bist du allerdings da oben, entscheidest dich für die Fülle, für die Faszination, was ich gemacht habe, für die Freude, dass du sagst, boah, wie cool ist das denn? Ich habe ihn gefunden unter diesen ganzen Milliarden von Menschen, wie viele sehnen sich danach. Ich habe ihn gefunden. Okay, wir können noch nicht zusammen sein, finde ich vielleicht blöd, aber ich versuche jetzt alles dafür, zu tun, damit wir eben zusammenkommen. Daran zu glauben, mich zu öffnen, Vertrauen zu haben. Meine Seele ist ohne Mission, die wird das schon hinkriegen. Sie wird mir sagen, was ich zu tun habe, und dann mache ich das. Ich meine, das ist eine ganz andere Ausgangssituation, auch ihm zu glauben, dass er das kann. Du bist in einer ganz anderen Energie. Und auch da wirst du was ganz anderes anziehen. Ist doch klar. Und euer Seelenpartner, Dualseelenprozess, kann dadurch ein ganz, oder hat dadurch einen ganz anderen Verlauf. Also frage ich dich, für welche Sehnsucht möchtest du dich entscheiden? Für die, die unten aus dem Mangel zu betrachten, da wo die Sucht extrem ist, ohne ihn kann ich nicht, oder ist es da oben, wo das Sehnen, die Freude mir da ist? Wow, er ist da. Okay, wir können gerade nicht zusammen sein. Ist vielleicht doof, aber wir kommen zusammen, das weiß ich. Daran glaube ich. In welcher Energie möchtest du sein? Für welche Sehnsucht, beziehungsweise welche Bedeutung entscheidest du? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon mega gespannt drauf. So, vielleicht sagst du auch Annett, mit dem Wort Sehnsucht habe ich so meine Probleme. Ist ja auch kein Wunder. Ich meine, ist ja auch so negativ behaftet. Dann gönn dir einfach ein neues Wort, ein Wort, wo du mehr in deiner Freude bist, was dich unterstützt, deinem Seelenpartner, Dualseelenprozess, was dich unterstützt, wenn du deinen Seelenpartner vermisst. Und du wirst merken, es wird dir gleich viel, besser gehen. Also, du bist nicht allein. Es ist völlig normal. Du entscheidest, wie du damit umgehst. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen. Ciao von au, wir sehen uns im nächsten Video. We love you. Du bist magic. Deine Annett und Isi.